Guten Morgen, Dienstag 8.50 Uhr, Hypermedia-Zeit wie jede Woche. Und wir machen heute da weiter, wo wir letzte Woche angefangen haben. Da ist es in den Grundzügen darum gegangen, dass wir uns einmal die Funktionsweise von den Cascading Style Sheets angeschaut haben. Dass wir uns einmal überlegt haben und durchbesprochen haben, wie kommt der Browser überhaupt zu irgendwelchen Formatierungen? Was muss er da für Regelwerke beachten im Hintergrund? Und wir haben uns auch angeschaut, wie solche CSS-Regeln aufgebaut sind. Wir haben auch ein paar einfache erste Regeln kennengelernt und in den Übungen dann schon mal angewandt. Aber sie haben sicherlich gemerkt, dass das auch irgendwie nur die halbe Wahrheit war bis dahin. Denn während es ganz nett ist, irgendwelche Schriftarten, Farben und derlei Dinge zu setzen, hat uns noch eine große Komponente gefehlt. Und zwar, dass wir irgendetwas mit Dimensionsangaben machen haben können. Wir waren auch letztes Mal noch darauf beschränkt, dass die Elemente, seien es Abschnitte, seien es Überschriften, seien es irgendwas anderes, dass die so groß waren, wie sie der Browser uns die halt vorgibt und anzeigt. Und das ist genau das, was wir uns heute anschauen werden. Damit wir dieses Problem quasi lösen können, gibt es in CSS das sogenannte Box-Model. Das wird heute ein großer Teil sein. Da sagen wir, das große CSS-Box-Model. Und wir werden auch so ein bisschen ganz einfache Layout-Grundlagen anschauen. Wir werden auch das Thema Responsiveness in diesem Zug ein bisschen schon besprechen, dass Sie immer wissen, wie wir prinzipiell vorgehen, wenn wir unsere Webseiten oder unser Layout auch quasi dann für verschiedene Geräte optimieren möchten oder müssen. Weil es heutzutage natürlich eigentlich schon gar nicht mehr wegzudenken ist. Wir beginnen aber mal mit dem CSS-Box-Modell, weil dieses Box-Modell, das ist quasi das Modell, das im Hintergrund steht, um alle Dimensionsberechnungen im Zusammenhang mit Webseiten durchzuführen. Also auch hier gibt es ein Modell, dem der Browser folgt. Sie können im Rahmen dieses Modells verschiedene Angaben machen. Sie können, das werden wir gleich alles sehen, Sie können Breite und Höhe setzen. Sie können Abstände und Rahmen setzen. Und für den Browser ist dann wichtig zu wissen natürlich, damit er Ihnen das korrekt anzeigt, wie mit diesen Angaben umzugehen ist. Das ist alles keine wahnsinnige Hexerei, aber man muss es zumindest mal gehört haben und verstanden haben, damit man dann auch in weiterer Folge Layouts damit bauen kann und versteht, wie der Browser eben damit verfährt. Prinzipiell gibt es eins, zunächst einmal vom W3C erdachtes und demzufolge auch standardisiertes Box-Modell, das können wir einfach mal das W3C-Box-Modell nennen können. Und dieses Box-Modell, wir werden auf die einzelnen Eigenschaften dann eh noch im Detail eingehen, aber dieses Box-Modell besteht im Prinzip aus fünf Angaben, wenn ich so will. Ich habe auf der einen Seite Angaben für die Breite und für die Höhe, das ist meine Width und meine Height, das sind jeweils CSS-Eigenschaften. So wie wir die Font-Family und die Color und die Background-Color haben, sind das bereits CSS-Eigenschaften und wenn Sie so wollen, das sogar CSS, also Regeln sind es nicht, weil der Selector fehlt, aber im Prinzip die Angaben, so könnten Sie es in der Style-Sheet schon reinschreiben. Also Width 90 Pixel heißt, mach das Ding 90 Pixel breit, Height 40 Pixel heißt einfach, mach das 40 Pixel hoch. Das heißt, das sind die zwei grundsätzlichen Breiten- und Höhenangaben, die ich setzen kann und dann habe ich noch drei weitere Angaben, die für weitere Elemente dieses Box-Modells zuständig sind. Es gibt einerseits das Padding, das Padding ist der sogenannte Innenabstand auf Deutsch, das ist der Abstand sozusagen von meinem Elementinhalt bis zum Rahmen, wenn es denn einen gibt und wenn es keinen gibt, dann ist es trotzdem dieser Abstand halt zum nicht vorhandenen Rahmen. Der Border, der als nächstes kommt, ist der Rahmen, den ich um ein Element setzen kann. Also stellen Sie sich vor, Sie machen irgendwie einen Paragraph zum Beispiel, wo Text drinnen ist und Sie wollen dann einen Rahmen setzen, damit der halt was nicht schwarz eingerahmt ist, dann wäre das eben genau dieser Rahmen. Und das Padding wäre sozusagen der Abstand vom Text bis zum Rahmen und dann die letzte Komponente ist der sogenannte Margin, das ist der Außenabstand, also Padding Innenabstand, Margin Außenabstand, das ist der Abstand vom Rahmen bis zum nächsten angrenzenden Element, das drüber, drunter, links, rechts kommt etc. So, und das W3C-Box-Modell, das ist eigentlich ein relativ einfaches, weil das Einzige, was man irgendwie können muss, ist zusammenzählen zu müssen, also zu addieren und zwar funktioniert es wie folgt. Sie haben also, wir angenommen, Sie haben diese Angaben, lassen wir jetzt einmal die Höhe weg, machen wir es nur einmal in der Horizontalen mit der Breite, mit der Width, ja, gehen Sie aber davon aus, Sie haben irgendein Element, ein Diff-Element, ein Paragraph, eine Überschrift, spielt keine Rolle. Irgendein so ein Element, das einfach einen Block setzt, kann auch eine Section, ein Artikel, ganz egal sein, ja. Und Sie setzen bei diesem Element 90 Pixel Width, also eine Breite von 90 Pixeln, dann haben Sie 90 Pixel in dem Fall Platz, um dort Ihren Inhalt, wenn es zum Beispiel ein Paragraph ist, den Text zu setzen. Das heißt, 90 Pixel wird das Ausmaße haben und nach 90 Pixeln bricht Ihnen der Text um und rennen in der nächsten Zeile weiter, ja. Okay, wenn Sie jetzt zusätzlich noch die Elemente Padding, Border und Margin definieren, ja, also Innenabstand, Rahmen- und Außenabstand, dann werden diese Angaben dazu addiert. Das heißt, das sieht man eh da grafisch, stellen Sie sich vor, Sie haben 90 Pixel Width, ja, dann macht Ihnen das 90 Pixel Breite, dann setzen Sie einen Innenabstand, also ein Padding von 10 Pixel, dann haben Sie das einmal links natürlich, weil das geht da, sieht man, rot rundherum, mehr oder weniger, Innenabstand um Ihr Element, das heißt, Sie müssen links 10 Pixel dazu zählen, Sie müssen rechts 10 Pixel dazu zählen. Selbiges mit dem Border, wenn Sie dann noch sagen, 5 Pixel Border, also Rahmen, dann haben Sie links 5 Pixel und rechts 5 Pixel und wenn Sie dann noch einen Außenabstand, einen Margin von 20 Pixel setzen, der natürlich auch so in der Angabe außen rundherum läuft, dann müssen Sie auch nochmal links 20 Pixel und rechts 20 Pixel dazu zählen. Und im Endeffekt hat dann Ihr Element nicht, wie man vielleicht im ersten Moment vermuten würde, 90 Pixel Breite, weil man ja gesagt hat, wie ist es 90 Pixel, dann sagt man, okay, das ist 90 Pixel breit, sondern im Endeffekt ist es 160 Pixel breit, weil Sie müssen zu diesen 90 Pixeln, müssen Sie jeweils links und rechts die 10 Pixel Innenabstand, machen wir es doch, das ist besser, 10 Pixel Innenabstand, 5 Pixel Rahmen und 20 Pixel Außenabstand, einmal rechts, einmal links dazu zählen, damit kommen Sie quasi zu diesen 90 Pixel, kommen nochmal 70 dazu, also quasi 35 links, 35 rechts. Das heißt, das Element braucht in seiner gesamten Breite genau 160 Pixel. Das ist wichtig für das Verständnis von Layouts, weil wenn man das nicht hat, wenn man sich denkt, naja, ich setze 90 Pixel und mein Element ist damit 90 Pixel breit und dann habe ich noch so und so viele Pixel rechts oder links oder was auch immer Platz, um ein weiteres Element zu platzieren, dann tappt man da in eine Falle, weil sobald ich einen Rahmen definiere und wenn er nur ein Pixel groß ist und rundherum geht, dann habe ich schon wieder links und rechts ein Pixel mehr, das Breite benötigt und dann geht sich vielleicht schon was anderes nicht mehr aus. Das heißt, da muss ich also sehr, sehr aufpassen, dass ich da nicht eine falsche Annahme triffe. Die Width, also die Breite in dem Fall, bezieht sich auf den reinen Platz, den ich im Element drinnen habe, also zum Beispiel für einen Text oder für ein Bild oder was auch immer, das sich da drin befindet, sind 90 Pixel und alles andere muss ich dazu ziehen. Und in der Höhe übrigens ist es genau dasselbe, also ob ich jetzt sage, es sind nicht 40 Pixel Höhe, sondern ich muss zu den 40 Pixel auch wieder diese 5 und, also diese 10 und 25 auf beiden Seiten dazuzählen, sodass ich insgesamt auf 110 Pixel Höhe komme für mein Element. Ja. Das ist das Box-Modell. Zu dieser Geschichte da, was diese Eigenschaft Box-Sizing-Content-Box betrifft, zu der komme ich noch, ja, weil Sie werden, später werden wir dann sehen, wir können diese Berechnungsweise seit einiger Zeit auch beeinflussen. Aber das ist sozusagen das, wie sich das W3C, das vor einigen Jahren mal ausgedacht hat, ja, und, ähm, das war sozusagen immer das standardisierte Box-Modell. Ich komme in ein paar Slides noch einmal dazu, und wir werden auch noch ein bisschen was Alternatives kennenlernen, aber wenn ich nichts tue, sozusagen, also wenn ich einfach meine Angaben in CSS setze, und diese Box-Sizing-Angabe mal ignoriere, ja, dann muss ich das so, muss ich so rechnen. Also, dann muss man bewusst sein, zu meiner Width kommt immer das Padding, der Border und der Margin dazu, ja, das heißt, meine Gesamtbreite, die vergrößert sich. Und das ist eben wichtig, damit das Layouting dann auch funktioniert, damit ich weiß, okay, ich darf nicht nur mit 90 Pixel Breite rechnen, sondern in dem Fall muss ich mit 160 rechnen. Gut. Angabe des Box-Modells, hier optional, ja, da kommen wir eben, wie gesagt, noch dazu. So, schauen wir uns ein paar von diesen Eigenschaften im Detail an. Nur, dass Sie mal wissen, wie können wir überhaupt solche Breiten- und Dimensionsangaben setzen. Also, Width und Height, die habe ich gerade gesagt, ja, Breite und Höhe geben einfach die fixe Breite und Höhe eines Elements an. Ich kann, ich muss da nicht mit Pixel rechnen, also das betrifft die Einheiten, die wir letztes Mal kennengelernt haben, die gehen da alle. Ich kann mit EM, mit Prozent, mit VW, wie sie alle heißen, VH, etc. arbeiten, das ist kein Problem. Also, das Pixel ist jetzt nur rein symbolisch, weil es zum initialen Verstehen, finde ich, ganz fein ist, wenn man eine fixe Einheit hat. Aber prinzipiell, Sie können alles setzen an Einheiten, was in CSS erlaubt ist. Neben den Width und Height gibt es jeweils auch noch sogenannte Minimum- und Maximumangaben. Sie haben vielleicht letztens, die letzten Male, wo wir die Übungen gemacht haben, schon gesehen, dass ein Element immer so breit wird, wie es kann. Ja, so ein Blokelement, ja, so eine Überschrift. Die nimmt sich zum Beispiel die gesamte Browserfensterbreite, ja, wenn ich nichts anderes setze. Ja, ich kann dieses Verhalten eben durch ein Width, kann ich es setzen. Wenn ich sage, Width 100 Pixel, dann ist das 100 Pixel breit und nicht breiter und nicht schmäler. Ja, wenn ich das Ganze aber nicht so fix haben will, dann kann ich mit diesen Min- und Max-Angaben arbeiten. Also zum Beispiel, wenn ich sage, Min-Width 30 Pixel, dann wird das Ding so breit werden wie das Browserfenster. Aber wenn ich das Browserfenster ganz weit zusammenziehen würde, unter 30 Pixel würde es nie gehen. Das heißt, es würde eine Minimalbreite von 30 Pixel, egal was kommt, beibehalten. Selbiges in die andere Richtung. Wenn ich Max-Width 200 setze, dann wird es unter Umständen schmäler, aber breiter als 200 wird es nie. Das heißt, das ist vor allem dann ganz gut, wenn ich sage, ich setze mein Layout im Verhältnis zur Auflösung, zur Browserfenstergröße, will aber sagen, bei so und so viel Pixel zum Beispiel ist immer Schluss, ja, dann kann ich eine Width-Angabe mit irgendeiner relativen Einheit machen, sagen, du bist jetzt immer, weiß ich nicht, 50 Prozent der Browserfensterbreite groß, aber größer als 200 Pixel wirst du nie. Also ich kann auch Width und Max-Width zum Beispiel kombinieren. Wenn das eine eine relative Einheit ist und das andere dann eine absolute Pixel-Einheit, wie auch immer. Das ist also, das schließt sich nicht aus. Und in der Höhe mit Minheit, Maxheit genau dasselbe, Minimumhöhe, Maximumhöhe kann ich angehen. Wo ich ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn ich solche Höhenangaben setze, also wenn ich sage, du bist jetzt 100 Pixel breit und 50 Pixel hoch, dann habe ich natürlich eine fixe Containergröße und da kann es mir passieren, dass der Inhalt, der da drinnen ist, zum Beispiel Text, einfach zu groß ist. Und damit kann ich mit dem Overflow-Property, kann ich das etwas regeln. Das sage ich vielleicht einfach einmal ganz schön her. Das Overflow-Property, das kann verschiedene, mal schauen, kann verschiedene Werte annehmen. Und da sieht man das da zum Beispiel hier, das sind jetzt vier Boxen, die alle dieselbe Größe haben. Das Erste wäre sozusagen, jetzt muss ich gerade schauen, was ich da gesetzt habe, da suchen wir uns jetzt schnell den Code dazu raus, dann kann man so ungefähr ein bisschen sehen, was da passiert. Da haben wir jetzt vier solche Diff-Boxen, mit ein bisschen am Blindtext drinnen, 1, 2, 3 und 4. Die haben alle die Größe 100x100 Pixel. Das Erste hat Overflow-Property Visible. Das ist die erste Box da, die orange ist. Visible heißt, zeig alles an, was drinnen Platz hat, egal wie. Das heißt, da rennt der Text beinhart über die orange Box hinaus. Visible zeige einfach den Inhalt komplett an. Der zweite Inhalt, oder von der grünen Box, ist Overflow-Hidden. Das sieht man, da ist der Text zu lang und wird einfach abgeschnitten. Das heißt, verstecke, was zu groß ist. Die dritte Box, die gelbe, die hat Overflow-Scroll als Wert. Da bekomme ich dann eine, da bekomme ich dann Scroll-Leisten, no matter what sozusagen. Das heißt, ich bekomme in dem Fall eine vertikale Scroll-Leiste, die gebraucht wird, aber genauso auch eine horizontale, die in dem Fall nicht gebraucht würde, weil es geht eigentlich nur darum, dass wir da scrollen können. Und das Letzte war in dem Fall die vierte Box, in dem Fall diese zu jahrenfärbige, die hat Overflow-Auto. Das ist in den meisten Fällen das Sinnvollste. Dann sieht man in dem Fall, kriege ich nur eine vertikale Scroll-Leiste, die horizontale fehlt und das ist eigentlich das, was man in dem Fall zum Beispiel wollte. Aber ich kann mit diesem Overflow-Property, kann ich eben steuern, was passiert mit Inhalt. Und manchmal muss ich das einfach tun, damit mir nicht irgendein komisches Verhalten passiert. Weil manchmal will ich vielleicht zum Beispiel ein Bild machen und ich will vielleicht nur einen Teil dieses Bildes anzeigen und will nicht, dass dann eine Scroll-Leiste daherkommt oder so. Das heißt, mit diesem Overflow-Property kann ich das entsprechend steuern. Das muss mir einfach bewusst sein, dass das geht. Also das ist sozusagen dieses Overflow-Property, das eben die Werte Auto, Visible, Hidden etc. annehmen kann. Mit dem muss ich halt ein bisschen werkeln. Das kommt da daher. So, schauen wir uns vielleicht ganz kurz die einzelnen Angaben noch einmal durch. Dieses Padding, den Border und den Margin. Also wie gesagt, das Padding ist das sogenannte Innenabstand. Das, was da quasi symbolisch sozusagen dargestellt ist, soll ein Diff-Element sein. Das, was in der Mitte weiß drinnen ist, das ist sozusagen der Inhaltsbereich dieses Diffs. Aber Sie können Diff genauso durch Paragraph, H2, Section etc. übersetzen. Sie haben im Prinzip bei jedem Element einen Inhaltsbereich, wo der Inhalt drin liegt. Und der würde zum Beispiel durch diese Width und Height in dem Fall begrenzt. Und alles, was direkt um diesen Inhaltsbereich liegt, das ist sozusagen durch das Padding, kann ich sozusagen diesen Abstand da dazu bestimmen. Das heißt, wenn ich einfach eine Padding-Angabe setze, so wie da zum Beispiel einzeln, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Vorher ist gestanden, Padding, was haben wir gehabt? Irgendwie 10 Pixel. Das ist das, was da zum Beispiel ganz unten steht. Padding 50 Pixel. Dann heißt es, mache auf allen vier Seiten 50 Pixel Innenabstand rundherum gleichmäßig. Sie können mit dieser Padding-Angabe allerdings insgesamt vier verschiedene Schreibweisen machen. Sie können entweder vier Werte da angeben, Sie können drei Werte, zwei Werte oder einen Wert angeben. Also wie gesagt, bei einem heißt es, für alle vier Seiten, also für oben, rechts, unten, links, der gleiche Wert. Wenn Sie vier Werte angeben, so wie wir es da sehen, dann haben Sie für alle vier Seiten unterschiedliche Werte angegeben. Und das ist eben dieses, in dem Fall OR-Rule, also oben, rechts, unten, links. Sie fangen also quasi oben an und gehen dann quasi im Uhrzeigersinn weiter, oben, rechts, unten, links. Das heißt, oben 20 Pixel, rechts 30, unten 50 und links 40 Pixel. Wenn Sie nur drei Werte angeben, dann ist der erste Wert für oben, der zweite für rechts und links gleichzeitig und der dritte für unten. Wenn Sie zwei Werte angeben, dann ist da der erste Wert für oben und unten, also 35 Pixel oben und unten, der zweite 40 Pixel ist für rechts und links. Und wie gesagt, ein Wert für alles. Und wenn Ihnen das zu mühsam ist, sich zu merken, mir geht es meistens so, dann können Sie auch die einzelnen Angaben nehmen. Sie können auch Padding Top, Padding Right, Padding Bottom, Padding Left schreiben. Dann haben Sie sozusagen für jede Seite mehr oder weniger eine einzelne Angabe definiert. Es ist auf jeden Fall leserlicher, würde ich sagen, weil ich genau sehe, also Sie Padding Top 20, Padding Right 30 Pixel. Also ich finde vier solche Angaben leserlicher als eine solche, obwohl sie genau dasselbe macht. Aber das ist dann eine Frage, wie ich es möchte. Das obere ist leserlicher, das letztere braucht weniger Speicher sozusagen. müssen weniger Bits und Bytes übertragen werden und ist wahrscheinlich um 0,000 eine Millisekunde schneller. Also das heißt, wenn es irgendwann einmal dann geht, Webseiten beinhart zu optimieren, dann wird man natürlich irgendwann zu diesem ganzen Shorthand-Syntax greifen. Aber zum Entwickeln ist vielleicht die andere besser. So, wenn wir zum Border schauen, der Rahmen. Der Rahmen ist immer die äußere Grenze eines Elementes. Das heißt, das, was da innen ist, ist das Weiße. Das ist unser Inhaltsbereich. Dann folgt quasi, wenn ich habe, das Padding. Und zwischen Inhalt, also nach dem Padding quasi, zuerst kommt der Inhalt, dann kommt rundherum das Padding und dann kommt um das wieder rundherum der Border sozusagen. Dieser Rahmen begrenzt mein Element nach außen. Das ist sozusagen das eigentliche Ende meines Elements. Wenn ich schon den Rahmen setzen will, es muss ihn nicht geben, aber wenn ich ihn setzen will, dann kann ich das wiederum entweder mit einer Angabe machen, dann kann ich sagen, Border, zwei Pixel, Solid Red. Die erste Angabe, zwei Pixel heißt, wie stark soll er sein? Die zweite ist, was für ein Stil. Da gibt es verschiedene. Solid ist zum Beispiel ein durchgehender Rahmen. Dashed wäre ja gestrichelter. Und, und, und. Da kann man auch lesen. Gibt es ein paar solche Wörter, die man verwenden kann. Und das dritte ist einfach eine Farbeangabe, in dem Fall Red, mit dem ich sagen kann, okay, in dem Fall ist es ein Zwei-Pixel-Rahmen in Rot, der durchgehend ist. Und wenn ich das Ganze wieder einzeln machen will, dann habe ich auch wieder die einzelnen Angaben, also Border Width, Border Style und Border Color. Das heißt, ich kann es genauso machen, dass ich es mit drei Angaben hinschreibe und das habe ich jetzt da nicht stehen, aber ich könnte es theoretisch sogar noch einmal aufteilen, weil es gibt auch die Border Top Width, die Border Left Width, die Border Right, also ich kann sozusagen für jede einzelne Seite kann ich auch noch mal so eine Einzelangabe machen, wenn ich möchte. In der Regel sind die Rahmen meistens aber auf allen Seiten gleich vorbei. Wie gesagt, hängt ganz stark vom Einsatzbereich ab. Aber jedenfalls, so setze ich quasi meinen Rahmen um das Element herum. Und das ist quasi die Außengrenze meines Elements. Um das Element herum kann ich dann den Margin setzen. Der Margin ist der Außenabstand und der kehrt eigentlich, wenn wir genau sagen, nicht mehr zum Element dazu. Sprich, ich muss ihn zwar schon für das jeweilige Element definieren. Ich muss sagen, dieses Div hat 20 Pixel Außenabstand, aber es ist eigentlich nicht mehr Teil des Elements, sondern es ist der Abstand, der zwischen Elementen eigentlich liegt. Nur irgendwo muss ich ihn dazuschreiben. Aber logisch gesehen ist sozusagen ein Element mit seinem Rahmen fertig. Und der Margin ist das, was außen kommt. Und für das Margin gilt genau dasselbe wie für das Padding. Ich kann das entweder in einer Einzelangabe schreiben, dann habe ich vier Werte, drei Werte, zwei Werte, einen Wert. Oder ich kann wiederum die einzelnen vier Angaben verwenden, um das getrennt für oben, unten, links, rechts und so weiter zu definieren. Das sind diese Angaben, mit denen ich mehr oder weniger mein Box-Modell zusammenbauen kann. Also wir haben diese Width und Height, beziehungsweise auch Min-Width, Min-Height, dem Zusammenhang ein bisschen das Overflow-Property, wenn man es braucht. Und dann eben Padding, Border und Margin. Es gibt ein paar Besonderheiten. Und eine davon bei dem Box-Modell ist das sogenannte Margin-Collapse. Den muss man auch kennen. Und zwar ist es einfach so, wenn zwei solche Elemente, solche Block-Elemente, wie zwar Paragraphs zum Beispiel, wenn die übereinander liegen, was sie normalerweise tun. Also wenn sie in ihrem HTML-Markup schreiben, P und dann ein bisschen an Text, slash P und drunter noch einmal P, ein bisschen Text, dann kommen die untereinander zu liegen. Weil ja eben, wie gesagt, dieses Element nimmt sich die gesamte Breite, so viel es kann. Und drunter kommt dann einfach das Nächste daher. Jetzt ist es so, wenn Sie bei Ihren Elementen einen Margin definieren, da ist zum Beispiel ein Beispiel mit zwei Tiff-Elementen, geht aber mit einem P-Element genauso. Und Sie sagen, wir machen, okay, für alle unsere Tiff-Elemente, für diese zwei, sagen wir Margin 20 Pixel. Ja, dann würde man erwarten, dass das so ausschaut. Ja, das heißt, das obere Element hat 20 Pixel rundherum, das untere Element hat auch 20 Pixel rundherum, was im Endeffekt zwischen den beiden Elementen einen Margin von 40 Pixel erzeugen müsste, weil ja jedes Element 20 Pixel herum definiert hat. Dem ist allerdings nicht so, weil da gibt es dieses Phänomen des Margin-Kollapses, das heißt, im Endeffekt passiert das, wenn zwei Elemente, die untereinander liegen, jeweils einen Margin haben, der quasi zueinander schaut, also in dem Fall vom oberen Element ist es der untere Margin, vom unteren Element ist der obere Margin, dann werden die gegeneinander verglichen und nur der größere von beiden kommt zum Zug. In dem Fall haben wir bei Bade 20 Pixel, da ist es easy, in dem Fall sind es 20 Pixel, aber angenommen, das obere Element hätte nach unten 25 und das untere hätte nach oben 20, dann hätten wir insgesamt 25 Pixel Abstand zwischen beiden. Das heißt, der kleinere von beiden Margins wird simpel und einfach verschluckt. Wenn wir uns aber jetzt überlegen, eigentlich macht es total Sinn und denken Sie an die Standarddarstellung von Ihrem Browser, denken Sie an zum Beispiel so einen Paragraph, einen Absatztext. Wenn Sie, Sie haben einen Absatz, da ist ein Text drin und drunter kommt gleich wieder der nächste Absatz, dann wäre es seltsam, wenn da plötzlich unnatürlich viel Platz dazwischen wäre, wenn plötzlich doppelt so viel Plotz zwischen zwei Absätzen wäre, wie zwischen einem Absatz und einem Tiff, weil er Tiff hat von Haus aus in dem Standard-Browser-Style-Sheet keinen Margin definiert, ein Paragraph schon und dann wird das komisch ausschauen und deswegen gibt es dieses Effekt des Margin-Kollapses, das nur der größere von beiden Margins zieht. Das übrigens allerdings wirkt nur in der Vertikalen, also nur wenn zwei Elemente untereinander sind. Wir werden jetzt nachher sehen, wie wir Elemente positionieren können. Das heißt, dann haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel zwei Paragraphs nebeneinander hinzusetzen. Da allerdings, also quasi links und rechts, da passiert der Margin-Kollaps nicht. Das heißt, wenn das linke Element nach rechts 20 Pixel Margin hat und das rechte Element nach links auch 20 Pixel, dann haben wir wirklich 40 Pixel in der Mitte. Das heißt, in der horizontalen Ebene gibt es keinen Margin-Kollaps, da muss man halt wirklich aufpassen, dass man nicht plötzlich zu viel Margin erzeugt, der vielleicht komisch ausschaut oder ungewollt ist. Das passiert tatsächlich nur, wenn die Elemente übereinander liegen. Eine Besonderheit des Boxmodells. Die zweite Besonderheit, und das ist das, was ich eigentlich vorher schon ganz am Anfang angesagt habe, ist, dass es doch tatsächlich noch eine zweite Art gibt, das Boxmodell zu berechnen. Und diese zweite Art, die ist eigentlich sehr, sehr lange, beziehungsweise bekannt ist sie eigentlich immer noch so, als das IE-Box-Modell, beziehungsweise etwas gemeiner noch aus der IE-Box-Model-Bug bekannt gewesen. Denn alte Internet Explorer, 5.5 und auch neuere im sogenannten Quirks-Modus, das heißt, wenn man diesen Doctype nicht hinschreibt und der Browser dann seinen alten Fusch-Modus mehr oder weniger verwendet, die haben das Boxmodell anders berechnet. Microsoft hat damals gedacht, na, wir machen das anders, ja, und hat dann, deswegen haben früher die Seiten auch teilweise im Internet Explorer anders ausgeschaut, wie in einem Netzgeb-Navigator, weil eben Microsoft beschlossen hat, wir berechnen das Boxmodell anders und das hat gravierende Einflüsse auf das Layout. Zwar, was hat Microsoft gemacht damals? Man hat gesagt, na, für uns ist das ja so, wenn da steht, die Angabe ist Width 90 Pixel und Height 40, so wie wir es vorher auch gehabt haben, so steht es im CSS-File drinnen, dann sagen wir, dann soll die Width nicht die Breite des Inhalts des Elements sein, sondern das soll so breit sein oder das soll sagen, so breit ist das gesamte Element. Das heißt, bis aussieht zum Border, wo ich gesagt habe, der Border ist ja eigentlich der Abschluss des Elements, das sollen die 90 Pixel sein und nicht nur der Inhaltsbereich, sondern mein ganzes Element, ausgenommen der Margin, weil der ist aus Nummer, der gehört eigentlich nicht zum Element dazu, aber die Breite, also der Inhalt plus das Padding plus der Border, die sollen 90 Pixel sein. Das heißt, was da im Endeffekt passiert ist, wenn ich hineinschreibe Width 90 Pixel, dann passiert folgendes, und ich habe ein Padding von 10 und ein Border von 5, wie gehabt, dann passiert eigentlich folgendes, dass ich auf einmal im Inhaltsbereich nur noch 60 Pixel übrig habe, das heißt, das Element schrumpft, wenn ich so will, nach innen, weil von linken Rahmen bis zum rechten, Rahmen ist es jetzt 90 Pixel breit. Das heißt, der Rahmen sind 5 links und rechts, Padding sind 10 links und rechts, damit bleiben wir halt für innen nur noch 60 über. Der Margin, der kommt nach wie vor wieder dazu, das heißt, die Gesamtbreite ist also, ist in dem Fall sind die 90 plus links und rechts Margin jeweils von 120, das heißt, insgesamt habe ich eine Breite für 130, aber das Element an sich von Border und weiter drinnen ist nur die 90 breit, die ich tatsächlich auch mit der Width-Angabe gesetzt habe. Und jetzt kann man sagen, eigentlich ist das gar nicht so unlogisch und eigentlich ist es auch gar nicht so deppert, weil wenn ich sage, ich möchte ein Element, das 90 Pixel breit ist, egal ob der Rahmen jetzt 5 Pixel oder 10 Pixel oder 2 Pixel großes, ich will immer, dass das Element 90 Pixel breit ist. Das ist für ein Layout, das ist eine ziemlich praktische Sache, wenn es nicht einmal 90 und dann ist es 95 und dann ist es nur 89 oder so, eigentlich ist das ja gar keine blöde Berechnungsweise, dass ich also sage, ich nehme die Width von 90 Pixel und muss Padding und Border davon abziehen eigentlich sozusagen. Diesen Umstand hat man auch im W3C irgendwann erkannt und hat gesagt, na weißt du was, machen wir aus dem Bug einen Feature und machen einfach eine alternative Boxmodel-Berechnung. Und deswegen gibt es jetzt im CSS die Eigenschaft Box-Sizing und ich kann entweder mit Content-Box das normale Boxmodel also quasi einstellen, das muss ich aber nicht, weil das ist der Standard und wenn ich dieses Boxmodel haben will, dann muss ich sagen Box-Sizing-Border-Box. Das kann ich entweder bei einem Element machen, wo ich die Berechnung so will, wenn ich es für das Gesamte, für mein gesamtes Projekt will, dann kann ich es zum Beispiel einmal mit einem Universalselektor setzen und sage ich Stern, Box-Sizing-Border-Box und dann wird für alle CSS-Elemente diese Berechnung verwendet. Und damit ist klar, wenn ich sage Width 90 Pixel, dann wird mein Element nie breiter, auch wenn ich am Padding und am Border rumschraube und den größer kleiner mache, die 90 Pixel werden sich nie ändern. Und das ist eigentlich ja gar keine blöde Geschichte. Darum gibt es jetzt einfach zwei Arten und Weisen, wie ich mein Boxmodell berechne. Und es ist wirklich tatsächlich so, dass diese Variante gerade im Zusammenhang mit Layouts eigentlich die ist, die man mittlerweile hauptsächlich hernimmt, weil sie mehr Kontrolle erlaubt. Weil ich einfach sagen kann, Element ist so breit und egal, ob ich dann noch ein bisschen mehr Innenabstand da und dort aus ästhetischen Gründen meistens einfüge, es verschiebt man nicht wieder alles, sondern es bleibt bei diesen 90 Pixel. Nur beim Margin, da muss ich natürlich weiterhin aufpassen, also wenn plötzlich der Margin größer wird, dann drückt es mal alles wieder weiter auseinander oder schiebt es zusammen, dann kann es natürlich immer Verschiebungen geben, aber zumindest ist es die Elemente an sich, die bleiben in dem Fall immer, wenn wir da bei diesen 90 Pixel Breite bleiben, bleiben sie 90. Das ist schon ganz gut. Also wenn man sich zum Beispiel so Layout-Frameworks a la Bootstrap und wie sie alle heißen anschaut, die verwenden alle diese Art und Weise das Box-Modell zu berechnen. Ja, das haben Sie gehört. Also wie gesagt, war mal ein Bug, ist jetzt mittlerweile ein Feature, ist standardisiert so und es ist gut, dass es beides gibt. Es hat beides irgendwie seine Berechtigung. Ja, once a bug, no feature. Okay, und was auch noch ganz interessant ist, jetzt habe ich immer schon ein bisschen gesprochen, es gibt so verschiedene Arten von Elementen. Ja, es gibt zum Beispiel die sogenannten Block-Elemente, die habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, so wie ein Paragraph, ein Diff, eine H1-Überschrift, ein Header, also sprich Elemente, die ihren gesamten Bereich aufspannen. Ja, und die nehmen sich in der Horizontalen so viel Platz, wie es geht und wenn ich nichts tue, steht da auch immer nur eines pro Zeile, weil der Paragraph, wie gesagt, nimmt sie so viel Platz im Browserfenster, wie er bekommt, die gesamte Breite, da hat daneben, wenn ich nichts einstelle, nichts mehr Platz. Deswegen spricht man von einem Block-Element. Ein Inline-Element ist genau umgekehrt, das ist so klein wie möglich. Das heißt, wenn Sie irgendwo ein Wort mit EM markieren oder an Link setzen oder irgendwas strong und genauso auch Images, also IMG-Elemente zählen da auch dazu, ja, dann sind die so klein wie möglich. Nur dieses Wort, das mit EM markiert ist, ist sozusagen in dem Fall betont und sonst nichts. Also nur dieser kleine Bereich, dass sie genau das Wort da drinnen ausgeht. Diese Inline-Elemente, die eben in der Zeile stehen, die sind also so klein wie möglich. Dafür zum Beispiel, bei Block-Elementen kann ich diese ganzen Width und Height und Padding und Margin Properties alle setzen. Bei Inline-Elementen kann ich das nicht. Also ich kann nicht einfach sagen, du liebes Inline-Element, du bist jetzt 200 Pixel breit, das geht nicht. Einfach, da passiert nichts, wenn ich das tue. Ich kann nur bei so Block-Elementen das setzen. Manchmal wäre das aber ganz gut, wenn man sowas machen könnte. Wenn sich Elemente anders verhalten und mit der Eigenschaft Display kann ich das Verhalten umschalten. Wenn ich zum Beispiel beim EM-Element sage, Display Block, dann verhaltet sich das EM-Element plötzlich wie ein Block-Element. Das heißt, dann wird in der Zeile nur dieses eine EM-Element stehen und sonst nichts mehr. Ob ich das will, ist vielleicht eine andere Frage. Aber es gibt auch mehrere Geschichten. Es gibt dann zum Beispiel Inline, also da kann ich zum Beispiel sagen, liebes P-Element, verhalte dich wie ein Inline-Element, also sozusagen nimm nur so wenig Platz wie möglich ein und lass rechts und links Platz für andere Elemente. Ganz spannend ist, Inline-Block, das ist nämlich zum Beispiel ganz gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein EM-Element habe, das in der Zeile steht und nur ein Wort markiert und ich möchte aber jetzt zum Beispiel sagen, um dieses EM-Element will ich 10 Pixel Padding setzen. Dann kann ich das normal nicht. Wenn ich aber sage Inline-Block, dann bleibt es ein Inline-Element, aber erlaubt mir, wie bei einem Block-Element sozusagen so Rahmen-Paddings, Margin, etc. zu setzen. Das heißt, dann kann ich sogar so was machen. Ich kann auch zum Beispiel, es gibt Display-List-Item, weil zum Beispiel diese Knödel-Listen und Aufzählungsgeschichten, die haben wieder einen eigenen Zustand. Das ist der List-Item-Zustand. Und Non, Display-Non gibt es auch. Das heißt, blend das Element aus. Das heißt, dann wird der Browser es beim Rendern nicht mehr berücksichtigen. Dann wird es einfach nicht angezeigt, als ob es nicht da wäre. Das heißt, wenn ich sage H1 Display-Non, dann wird die H1-Überschrift ausgeblendet. Das Coole ist, das wird oft für so Tricks verwendet, wenn ich sage, okay, ich hätte gerne bei meiner Webseite ein super tolles Bild als meinen Header, was für uns Sehende super ist, dann kann ich das schon machen. Allerdings sollte ich trotzdem irgendwo eine H1-Überschrift, das Titel setzen, damit Leute, die das mit einem Screenreader lesen, damit die halt trotzdem was vorgelesen bekommen, weil bei einem Bild geht das meistens nicht so gut. Da kann man dann zum Beispiel eine H1-Überschrift trotzdem platzieren und die setzt man mit Display-Non unsichtbar, damit ist für die Sehenden die Überschrift nicht da, aber im Quelltext ist sie natürlich vorhanden und wird auch entsprechend vorgelesen. Das heißt, so kann man zum Beispiel mit der Eigenschaft arbeiten. Und, und, und. Es gibt da noch weitere, zum Beispiel Display-Table und Table-Cell, also man kann auch Elemente, die sich wie Tabellen verhalten und so setzen, bitte bei Bedarf einfach nachschauen. Aber mit dieser Display-Eigenschaft kann man sozusagen das Verhalten, wie Elemente vom Browser angesehen werden, relativ gut beeinflussen. Okay, das war jetzt einmal sozusagen das Box-Element, das Box-Modell. Ich würde sagen, schauen wir uns noch die Positionierung kurz an und dann machen wir eine Pause, weil die Positionierung, die geht relativ flott. Positionierung brauchen wir nämlich deswegen, um Elemente anordnen zu können. Jetzt habe ich eh schon gesagt, schon zum 100. Mai, diese Block-Elemente brauchen die gesamte Breite und sitzen einfach standardmäßig untereinander ziemlich langweilig. Manchmal möchte man aber Elemente einfach anders anordnen, möchte sie an bestimmte Positionen setzen, möchte sagen, okay, du sitzt jetzt, was nicht, 50 Pixel vom Browserrand nach unten und da bleibst oder irgend sowas. Und das geht entsprechend mit Positionierung. Da gibt es einfach ein paar Positionierungsarten, wo ich das beeinflussen kann und die schauen wir uns jetzt an. Die erste Positionierungsart und das ist die, die Sie eigentlich schon kennengelernt haben, ist die sogenannte statische Positionierung. Das ist das, was Ihnen jetzt oder was die ganze Zeit schon unter Anführungszeichen passiert ist. Das heißt, wenn ich nichts tue, ist alles statisch positioniert. Das heißt, angenommen, ich habe drei so Tiff-Elemente, die sind alle 250 mal 100 Pixel hoch, dann kann ich mit Position, Doppelpunkt-Static, also die CSS-Eigenschaft ist Position und das Schlüsselwort ist Static, kann ich statische Positionierung erwirken. Statisch heißt einfach eins nach dem anderen. Das ist das sogenannte Document Flow heißt das oder Normal Flow. Das ist also das, wenn ich nichts tue, so wie es der Browser standardmäßig anordnen würde. Das heißt, Position Static kann ich mir eh sparen, weil das ist der Standardwert. Ich schreibe es jetzt nur dazu, weil unter Umständen, wenn ich ein Element anders positioniert haben wollte und es wieder zurückbringen möchte in diesen Standard-Document Flow, dann muss ich halt Position Static explizit setzen. Aber so muss ich es nicht machen. Das heißt, ob ich das jetzt dazu schreibe oder nicht, die Elemente werden einfach schön und brav untereinander stehen. Das heißt, das ist sozusagen das, was der Browser eh immer macht. Aber nur, dass Sie es gehört haben, auch dafür gibt es einen eigenen Namen und auch das kann ich quasi explizit setzen. Die zweite Positionierungsart, und die wird jetzt dann interessanter, ist relative Positionierung und zwar relativ zur Position in diesem Document Flow, also in dem, wie es normal wäre. Da setze ich das Schlüsselwort, also setze ich wieder die Eigenschaft Position mit dem Schlüsselwort Relative. Desalan macht aber noch gar nichts, sondern ich muss noch Angaben setzen, wo Wiesen hinschieben. Und dafür gibt es einfach Left, Top, Right und Bottom. Das heißt, in der Regel werde ich mir immer zwei schnappen. Also von links aus um 80 Pixel verschoben, von oben um 30 Pixel verschoben. Und zwar eben von der Position, wo es normal gewesen wäre. Also man kann sich das eh vorstellen, das war, normal war das genau da drinnen gestanden, so wie wir es gerade gesehen haben. Und jetzt haben wir es quasi um 80 Pixel nach links verschoben. Das heißt, von da 80 Pixel um mich und von oben, da war ein bisschen Abstand dazwischen, 30 Pixel runter. Und darum kommt es so zum Liegen, wie es jetzt ist. Das Spannende an der relativen Positionierung ist, für den Browser ist es so, als ob das Element nach wie vor in dem Document Flow drin wäre. Das heißt, wir sehen unten, das rutscht nicht noch. Also für den Browser steht das immer noch an der Stelle, ist einfach nur optisch quasi verschoben. Das ist alles, was sie tut. Nachdem ich da in der Regel irgendeine Überlagerung bekomme, man sieht eh, das Zweite liegt über dem Dritten, diese Überlagerung kann ich mit der Eigenschaft Z-Index steuern. Einfach, wenn etwas eine Z-Index-Eigenschaft hat, je höher die Zahl, desto weiter vorne. Also wenn die beiden Elemente keine Angabe haben, dann haben sie Z-Index 0, das ist Standard. Und wenn ich bei dem ein Z-Index 1 setze, kann ich ja wirken, dass es vor dem anderen liegt. Würde ich bei dem Z-Index minus 1 setzen, dann würde es hinter dem anderen zum Liegen kommen. Das heißt, da kann ich einfach steuern, will ich es davor oder danach angezeigt bekommen. Kann ich bei jedem Element übrigens setzen. Sinn macht es nur dann, wenn ich Überlagerungen habe. Das heißt, das ist relative Positionierung. Die ist nur relativ straightforward, weil wie gesagt, einfach vom ursprünglichen Ort ein bisschen wegverschoben, die anderen Elemente rücken nicht nach. So, dann gibt es auch absolute Positionierung. Da ist Position absolut einzustellen. Wiederum, mit Left und Top kann ich die Ausrichtung bestimmen. Aber der Unterschied ist jetzt, worauf bezieht sich das? Bei der relativen Positionierung war das von dem Platz, wo es normal gewesen wäre. Bei der absoluten Positionierung, und das ist das, was man sich ein bisschen merken muss, ist der Bezugspunkt, das nächste übergeordnete HTML-Element, das nicht Position Static hat. Position Static ist eben der Standard. Wenn alle Elemente in der Hierarchie drüber, bis hinauf zum HTML-Element, nirgendwo eine Position-Eigenschaft gesetzt haben, die halt nicht Static ist, dann wird das Browser-Fenster als Bezugspunkt genommen, also links oben quasi das Eck vom Browser-Fenster, also von dem Bereich, wo der Inhalt angezeigt wird, wohlgemerkt. Wenn ich zum Beispiel mein Diff-Element in einem anderen Diff-Element habe, das Position Relative zum Beispiel hat, dann ist dieses Diff-Element der Bezugspunkt. Das heißt, da kann ich auch einen Bezugspunkt steuern. Wenn ich im Bezugspunkt Browser-Fenster haben will, dann muss ich sicherstellen, dass kein Element drüber irgendwas anders als Position Static hat. Wenn ich sage, ich möchte, dass das umgebende Element der Bezugspunkt ist, dann setze ich dem im CSS einfach Position Relative, ohne dass ich irgendwie Top-Left irgendwas angib. Damit bleibt das ganz normal an seiner Stelle und es wird sich nichts ändern. Aber das innere Element wird sich auf das beziehen. In diesem Fall ist der Bezugspunkt einfach das Browser-Fenster. Das heißt, wenn ich sage Position Absolut, dann wird in dem Fall von links 80 Pixel und von oben 30 Pixel gerechnet. Ein bisschen mehr, weil der Browser standardmäßig einen Margin hat, der da zum Schlagen kommt, dann müsste man wegtun, damit es genau die 80, 30 sind. Und dort wird es positioniert. Und der große Unterschied zum Position Relative ist jetzt, sobald ich etwas absolut positioniere, wird das Element aus dem Document Flow herausgenommen, was sich darin äußert, dass das dritte, sieht man da das Gelbe, das rutscht einfach nach, wie es ob das gar nicht da wäre. Also Sie können sich vorstellen, das liegt jetzt quasi eine Ebene davor und beeinflusst die anderen Elemente gar nicht mehr. Das ist der große Unterschied beim Position Relative, war es nur visuell anders hin platziert, hat aber nur einen Einfluss auf die anderen Elemente gehabt. Jetzt ist es einfach quasi eine Ebene nach vor geschoben oder auch dahinter, wiederum, ich könnte es mit dem Z-Index steuern, aber sagen wir, auf einer anderen Ebene und beeinflusst die Elemente, die noch ganz normal statisch positioniert sind, gar nicht mehr. Damit muss ich mich auch gar nicht mehr rechts irgendwie drum kümmern. Das heißt, das ist wirklich ganz woanders mehr oder weniger. Das ist der große Unterschied bei der absoluten Positionierung. Gut, dann gibt es Position Fix. Ja, Position Fix ist relativ easy. Da gibt es, da ist der Bezugspunkt immer der Viewport, also sprich, das Browserfenster in dem Fall. Wenn ich Position Fix einstelle und sage, Left 80, Top 30, dann ist das von links 80 reingedruckt, vor 30, also vor oben 30 und da steht das Ding. Egal, wie das Browserfenster sich ändert, also da kann ich dann tatsächlich rauf und runter scrollen, dahinter scrollen, die Elemente vorbei, das steht immer an dieser Position 80, 30, eine verschoben und fertig. Sogar, wenn ich etwas ausdrucken würde, Webseiten ausdrucken wird man ja nicht, aber wenn ich es tun würde, dann würde auf jeder Seite 80 Pixel von oben umgerechnet in irgendeiner Zentimetereinheit und 30 von links dieses Element auf jeder Seite genau auf der Stelle stehen. Das heißt, Fixed heißt einfach wirklich bezogen aufs Browserfenster, da stehst du und fertig und dahinter kann ich scrollen und das Browserfenster verschieben und tun und lassen, was ich will. Also da ist es wirklich, da passiert einfach gar nichts. Schau ich gerade, das kann man vielleicht einmal geschwind her zeigen, dass man da vielleicht ein bisschen eine Idee bekommt, was ich meine. Position Fixed, das ist nämlich ganz gut, wenn man es normalerweise sieht. Also das schaut dann auch so aus. So, da merke ich gerade noch gar nichts, sobald ich aber das Browserfenster ein bisschen zusammenziehe, Apala, Entschuldigung, war natürlich jetzt wieder nicht ideal. Daneben sollte man nicht klicken, sobald ich das Browserfenster zusammenziehe, dann merkt man erst, was passiert, also sobald ich quasi eine Scrollleiste bekomme, die da ganz drüben natürlich ist. Auflösung lass nach. Dann sehr, also das bleibt immer an derselben Stelle, immer 8.30 von oben. Das klebt quasi, deswegen Position Fixed ist da mehr oder weniger die Idee da dabei. Okay, und das Letzte, das ist ziemlich neu, die geht noch nicht wirklich super toll in allen Browsern. Der Chrome kann sie, der neueste Edge kann sie mittlerweile auch unter Firefox auch, wobei es teilweise noch ein paar Probleme gibt oder so, vor allem mit Tabellen hat der Chrome noch ein Bug, ist Position Sticky. Das ist so ein Mittelding aus Fixed und Relative. Das heißt, ich gebe eine Positionierung mit Sticky an, sagt dann Left 80, Top 30, ja, und solange das noch nicht erreicht wird, verhäut sich es wie ein Position Relative und wenn es erreicht wird, wechselt es auf eine Position Fixed. Das muss ich auch kurz herzeigen, weil das ist sonst schwer, schwer auch zu verstehen, was da gemeint ist. Also das schaut dann auch so aus. Da habe ich, also solange quasi genug Platz ist, verhaltet es sich in dem Fall wie ein Position Relative. Das heißt, es ist in dem Fall einfach nur um die 80 ein bisschen eingerückt, ja. Sobald ich da jetzt aber sowas mache und scrollen anfange, sieht man, bleibt es quasi hängen. Jetzt habe ich mehr als diese 30 Pixel von oben, deswegen verhäut sich es wie relativ. Jetzt werden es aber nach oben immer weniger und weniger und es bleiben sozusagen nur mehr diese 30 übrig, ja. Und deswegen bleibt es da hängen. Das heißt, das ist ganz nett, also sobald ich, das wird, ist irgendwie normal positioniert, aber es verschwindet man quasi nie aus dem Fenster. Das ist die Idee da dabei raus, ja. Und unten ordnet sich es wieder ein. Das ist Position Fix. Würde natürlich in der Horizontalen genauso funktionieren, aber ich kann jetzt gerade mein Browserfenster nicht weiter zusammenschirfen, um das quasi herzuzeigen. Ja. Das ist sozusagen die Idee da dahinter. Okay. Das sind die Positionierungsarten. Eine habe ich noch, ja. Muss man sagen, die zwar streng genommen keine Positionierungsart ist, aber auch für das irgendwie in dem Zusammenhang genannt wird und das ist das sogenannte Floating. Floating, da gibt es einfach die Eigenschaft Float und die hat nur die zwei Werte Left und Right. Eins von beiden kann ich mir aussuchen. Floaten bedeutet, nimm das Element aus dem Document Flow hinaus, schieb es ganz nach links bei Float Left oder ganz nach rechts bei Float Right und lass es bis ans nächste Element nach oben wandern sozusagen, bis es am übergeordneten Element ansteht. Das heißt, das eine rutscht ganz nach links oben rauf, das andere ganz nach rechts oben. Und das Interessante am Floaten ist, es liegt zwar, es ist zwar außerhalb des Document Flows, es beeinflusst allerdings den Text, der in solchen, oder die Inhalte, muss man eigentlich sagen, die in solchen Elementen drinnen sind. Das heißt, schauen wir uns da mal vielleicht ein Beispiel an, um das herzuzeigen. Das wäre zum Beispiel ein Float Right. Vielleicht ganz geschwind die Dev-Tools dazu einschalten, damit man da ein bisschen eine Idee bekommt, was passiert. Das ist ein bisschen groß, wenn man rutscht. Und der ist bitte wieder kleiner, komm her. So, okay. So, da sieht man das ganz gut. Wir haben da ein Element, dieses erste Diff da, und das hat eine Angabe Float Right. Und da sieht man schon, wenn ich die wegtue, dann stehen die Elemente ganz normal im Document Flow, und mit Float Right wird quasi dieses erste Diff rausgezogen, wandert ganz nach rechts oben rüber, und bleibt da hängen. Sobald ich das Ding Browserfenster kleiner mache, sieht man, schiebt sich das über die anderen Elemente drüber, also das heißt, beeinflusst es nicht, aber sobald ich zum Text komme, sieht man, schiebt es mir den Text weg. Das ist der Unterschied, das passiert bei Position nicht, beim Floaten schon. Die Idee vom Floaten nämlich ursprünglich war, dass man Bilder mit Text, also wenn ich ein Bild habe, und das Bild ist in einem Paragraph drin, dass der Text ums Bild fließen kann. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Deswegen verhält sich das so. Anderes Beispiel. Bei dem Ding floated eins links und eins rechts. Das heißt, das floated links, das floated right. Man sieht da die zwei, solange sie sich nebeneinander ausgehen, gehen sie sich nebeneinander aus, sobald kein Platz mehr ist, werden sie übereinander geschoben, mehr oder weniger. Das heißt, da ist wirklich das Floaten, ist eine Möglichkeit, Elemente nebeneinander zu positionieren, nur sobald man der Platz ausgeht. Also da ist ein bisschen ein Margin dazwischen, deswegen geht es nicht bis ganz zusammen aus. Existieren sie nebeneinander und dann rutschen sie untereinander. Das dritte Element ist einfach Position Static. Da ändert sich nichts. Das liegt im Hintergrund. Und man sieht, da muss halt der Text sozusagen, der fließt da ganz seltsam drumherum. In dem Fall sitzt er da unten, weil da überdecken beide Elemente das andere komplett, dann ist er wieder da oben, dann schiebt sie ihn wieder da raus. Also das ist sozusagen die Geschichte, die da beim Floaten mehr oder weniger passiert. Okay. Das ist das, was Floating bedeutet. Was es zum Float aber auch noch gibt, ist eine Anweisung namens Clear. Wenn ich so Elemente floaten lasse, dann rutscht alles, wir haben es gesehen, noch. Das heißt, alles, was nicht gefloatet ist, rutscht man beinhart unter die gefloateten Elemente hinein. Und das will ich oft nicht haben. Ich möchte zwei Elemente nebeneinander floaten lassen, aber es interessiert mich nicht, dass noch alles unten eingerutscht, verdeckt wird. Man hat es ja gesehen, der Text rutscht komisch raus. Daher gibt es die Anweisung Clear, die ich auch bei einem Element setzen kann. Das heißt, wenn ich ein Element floate und bei dem anderen Element eine Clear-Anweisung setze oder auch beim selben, das geht bei Bade natürlich auch, dann heißt es so viel wie, dort, wo die Clear-Anweisung steht, ziehe ich quasi, das ist jetzt sehr bildlich gesprochen, eine Trennlinie ein. Das heißt, ab dieser Clear-Anweisung oder sagen wir so, weiter rutschen die Elemente nicht hin. Das heißt, ab der Clear-Anweisung, sozusagen unterhalb der gefloateten Elemente, geht alles wieder normal weiter. Das heißt, die anderen Elemente rutschen nur bis dorthin und nicht weiter. Vielleicht schauen wir es uns geschwind an, damit es klarer ist, was ich meine. Da haben wir wieder so ein Beispiel und zwar, zwei Elemente, die gefloatet sind. Das eine, das erste Tiff ist nach rechts gefloatet, das zweite Tiff ist nach links gefloatet und das dritte Tiff ist gar nicht gefloatet, hat aber diese Clear-Left-Anweisung. Würde ich die weglassen, dann rutscht man das unten rein, wie gehabt. Die zwei floten und das andere rutscht beinahe unten rein. Nachdem das dritte Element, das da eine Clear-Left-Anweisung hat, heißt es so viel wie, reihe dich unter dem links gefloateten Element an. Das sieht man eigentlich ganz schön, es geht nicht unter das links gefloatete rein, egal wie es ausschaut. Wenn da das rechts gefloatete drüber schirrt, bleibt trotzdem drunter hängen, gehen sie sich nebeneinander aus, ist super, sonst untereinander. Das heißt, das bleibt immer unter dem links gefloateten hängen. Anderes Beispiel, das dritte Element könnte auch ein Clear-Right haben. Sind beide wieder gefloateten, dann sieht man, dann hängt es unter dem rechts gefloateten. Unter das rechts gefloatete geht es nicht rein, aber halt unter das links gefloatete, weil das größere ist, rutscht es noch. Wenn ich das drüber schiebe, sieht man wieder, hängt es halt im Hintergrund unter dem rechts gefloateten. Das heißt, ich muss sozusagen idealerweise, wenn ich es unter beiden will, das ist ein bisschen der Trade-Off, muss ich entweder schauen, welches ist das längere, also in dem Fall das Left, dann müssen Sie ein Clear-Left machen oder ich schreibe einfach Clear-Both in dem Fall, dann schaut sich der Browser automatisch an, was ist denn das größere, beziehungsweise hängt es einfach unter das, das in dem Fall gerade größer ist. Also hängt es bitte sowohl links als auch rechts gefloatete dran. Das heißt, Clear-Both ist die Option, um es ganz nach unten mehr oder weniger zu schieben, egal welches länger ist. Frage, ja? 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 also es floated immer bis ans übergeordnete Element, da steht es dann an, mehr oder weniger. Also es floated nicht immer bis zum Browser-Fenster hinauf, da schon, weil da gibt es nichts Umgebendes, aber Sie haben recht, also die Frage war, wie weit floated es immer bis ins umgebende Element? Wenn mein Tiff in einer Section liegt, dann steht es dann links oben oder rechts oben oder wie auch immer an der Section an. Das ist das, was ich wissen muss. Und das ist auch gut so, weil sonst floated es mal komplett weg, das will ich meistens nicht haben. Aber die HTML-Struktur ist fürs Floaten sehr, sehr wichtig. Also wenn ich quasi woanders hinfloaten wollte, die kommen nie um das umgebende Element hinaus. Das ist wichtig. Okay, bevor wir die Layout-Grundlagen anschauen, fünf Minuten Pause, um wieder ein bisschen das Hirn zu reaktivieren und dann schauen wir uns an, was wir mit diesen Floaten- Positionierungsgeschichten machen können, umschauen wir ja ganz ein primitives Layout damit zu erzeugen. Das ist wichtig, Und jetzt wird das holidays Calling unter Das liegt mir noch ein bisschen Lic18-Van Weekend losloh, und dann nähen ob wir noch ein bisschen Älterios Und dann geht es erst mal im Nachdruck und durchfusende gest Berlină Limit Vielen Dank. 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 arbeit schreibe auf 240 pixel und float left des main 720 pixel und float right da könnte wieder prozent nehmen es ist ganz wurscht weil im prinzip bezieht sich dann eher von container der umgeben dies oder so aber so ist ein bisschen klar irgendwie zu lesen ja im futter wieder clear boss bis la padding von mir als nur für die optik und fertig und das ganze schaut dann so aus das ist unser zweispaltiges und das wäre jetzt im gegenzug dazu ein fix breiten das heißt wir haben dort seinen 960 pixel breiten container bleibt immer 960 pixel da ändert sich nichts er steht immer zentriert da und fertig die zwei spalten sind immer gleich lang und fertig also das ist sozusagen die variante die jetzt nicht irgendwie relativ zu einer seitenbreite sondern da habe mit fixe einheiten gearbeitet in einem responsive also das kann man durchaus für desktop nur so machen responsive ist es eher ungut wenn man mit den fixen pixeln arbeitet weil gesagt man schenkt sich platz her aber da braucht man dann die media queries um mit diesem problem dann her zu werden das sehen wir dann okay also das heißt so kann ich aber im prinzip die idee dahinter ist immer las eines links floten das andere rechts floten und schon haben wir mehr oder weniger die möglichkeit dinge nebeneinander zu setzen und das kann jetzt noch weiter treiben was ist wenn es jetzt drei spalte gerne hätte wenn jetzt drei sachen nebeneinander hätte dann mache ich es vielleicht so dann gehe her links lasse die navigation rechts ist nach wie vor der main bereich und den main bereich den habe jetzt da ausgenommen den unterteilen wir noch einmal mit zwei sections in eine main und in eine sidebar section oder hätte ja von mir dass dieses aside element nehmen können wäre genauso okay also im prinzip ganz wurscht ja das heißt einmal links rechts links rechts floten und dann dieses main element normal unterteiltes rechts floten und des wiederum in sich links und rechts floten das heißt im element ist schon rechts floten gibt es wieder zwei bereiche die wieder links und rechts floten und damit machen wir mehr oder weniger ein dreispaltiges layout das dann so ausschaut das war unser zweispaltiges mit fix breite und das gleiche schaut dann dreispaltiger so aus ja da wird dann diese rechte spalte die wird einfach normal unterteil den zwei und fertig das ist in dem fall fix breite aber das geht mit dem natürlich das seiten drei die so mit prozentangaben oder sowas arbeitet genauso dann habe ich mehr oder weniger drei elemente und so weiter drin das heißt diese ganze layout geschichte ist alles keine große hexerei im endeffekt geht es in den einfachsten szenarien nur darum ein die elemente floten zu lassen ja so da kam eine frage rein wenn ich ein element ein formular im main auf float right sätze orientiert es sich dann innerhalb von main rechts am rand oder an der gesamten seite also das ist eher die frage die vorher schon ein bisschen war wenn ich etwas flote das element agiert immer nur sozusagen in seinem container aber es steht immer bei dem nächsten drüberen element an das muss ich sogar noch präzisieren also es steht nicht immer am rand von seinem umgebenden element an sondern wenn drüber geschwister element ist rutscht es auf des arno quasi dran und da bleibt hängen das hat man jetzt gesehen da der header der war nie gefloatet um diese left und right geschichten sind aber immer bis zum header dran gefahren das heißt wenn ich also zum beispiel formular float right setze dann wird es mir im maximalfall bis ins rechte obere eck vom main rutschen wenn aber davor noch geschwister elemente sind also zum beispiel irgendwelche sections oder andere elemente da wird an denen anstehen das heißt also es rutscht man nie irgendwie ganz 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 nach oben sondern es rutscht immer eigentlich nur bis zum nächsten vorangehenden element an wenn es so eines gibt und wenn nicht dann rutscht quasi bis an den deckel vom eltern element das ist sozusagen das wie dieses floating funktioniert wir werden aber heute in der übung gelegenheit haben um das einfach auszuprobieren das muss man mal gesehen haben dann was man eigentlich gleich intuitiv ist funktioniert okay das sind aber simple layout grundlagen mit diesen sachen kann man schon mal ganz einfache dinge realisieren man kann sachen nebeneinander anordnen diese position angaben zusätzlich erlauben es sozusagen ein bisschen noch selektiver zu platzieren position könnte man schon auch viel layout hernehmen aber es ist leider nicht sehr flexibel darum tut man es eigentlich nicht nächste woche werden wir uns dann mit zwei neuen methoden einerseits mit den flexible boxes andererseits mit dem grid layout zwei möglichkeiten anschauen wo man wirklich also so tut man dann heutzutage layouten das ist so ein bisschen die fallback lösung die immer funktioniert die schon seit 15 20 jahren funktioniert das was man nächste woche lernen ist relativ neu das geht erst so seit zwei jahren die browser in etwa also die flexbox ist länger aber das grid layout insofern hat das absolut noch seine berechtigung weil wenn ich wirklich eine seite bauen musste ja vom internet explorer sechs oder sieben oder was rennt dann kann ich es nur so machen ja und ich habe vielleicht muss ich irgendwas für firma bauen die noch nicht weiter sein die einfach intern desto verwenden und das ist der minimum browser und fertig oder so also das kann man immer blühen darum sind diese floating layout sicher noch nicht tot wenngleich sie immer mehr und mehr abgelöst werden aber das sehen wir uns dann nächstes mal entsprechend so um die letzten 20 minuten möchte mit ihnen über media queries sprechen denn und das brauche ihnen weniger sagen als allen anderen sie kommen eindeutig aus der generation mobile ja die mit diesen devices schon sehr stark aufgewachsen ist die wahrscheinlich ohne die auch nicht leben möchte und kann das heißt es ist irgendwie heutzutage immer mehr mehr mobile orientiert wenn man sich die statistiken anschaut keine ahnung von facebook oder von google wie viele suchanfragen mobil und wie viel am desktop abgesetzt werden oder wie viel leid verwenden facebook am desktop versus facebook am mobile oder die tatsache dass es manche apps gar nicht mehr für desktop gibt ja sondern nur mehr als mobile apps irgendwelche quasi netz snapchat und co geschichten dann ist es eigentlich eindeutig dass mir diese dass wir als web entwicklerinnen und entwickler diese device ist gar nicht mehr ignorieren dürfen ja das ist mal der erste schritt beziehungsweise auch aktiv sie beim gestalten von unseren seiten berücksichtigen müssen jetzt ist mir ganz früher irgendwann den weg gegangen zu sagen wir machen eine desktop seite und wir machen eine mobile seite und wir erkennen einfach was ist das für die weiß und entweder rufen wir die mobile auf oder wir rufen die desktop seite auf das ist allerdings ein ziemlich mühsamer prozess weil man immer quasi zwei parallele dinge warten muss und daher wurden mit css mit den sogenannten media queries werkzeuge geschaffen wo ich da anders rangehen kann wo ich sagen kann ich mache eine seite aber ich bestimme sozusagen verschiedene schritte sogenannte breakpoints wo ich sagen kann okay bis zu so einer display größe oder auflösung oder breite schaut so aus bis zu der schaut so aus et cetera et cetera und damit kann ich einfach auf die diversen auflösungen auf querformat hochformat alle diese dinge ein bisschen rücksicht nehmen und somit eine seite bauen die auf allen geräten funktioniert kurzer flashback im hintergrund stehen eigentlich so genannte medien spezifische style sheets und das ist nichts was recht neu ist es gibt schon seit den anfängen von css 2 ja wenn ich ein style sheet einbinde ja über das linke element link real style sheet haare für style css dann konnte ich auch bisher schon immer ein media attribut noch angeben und sagen du bist ein style sheet für den screen und du bist etwa ein style sheet für den print ja und im print style sheet blende zum beispiel die navigation aus weil wenn jemand der webseiten ausdruckt dann braucht das sicher keine navigation dann hat er lieber die den inhaltsbereich komplett auf der seite oder so das gab es immer schon auch für das import für die import anweisung konnte ich sagen import url style css screen oder print also das ist nichts neues wurde eher vielleicht spärlich verwendet weil wer braucht wirklich noch print style sheets aber gut manchmal hat er berechtigung und auch direkt im css also wenn er css file habe und eine bestimmte regel angeben will dann kann ich diese regel in so eine mit et media verschachtelte direktive verpacken also ich kann zum beispiel sagen diese regel wo steht nav display non also dass die navigation nicht angezeigt wird die soll nur zum zug kommen wenn die seite gedruckt wird also wenn das teil wenn der browser die ausgabe an den drucker schickt und sonst gilt die regel nicht das heißt für ein screen wird die nav natürlich angezeigt dass das gab es schon immer das ist auch keine große neuigkeit allerdings eher so ein bisschen unbeachtet würde ich sagen die media queries allerdings die setzen genau auf dem auf das heißt ich habe auf der einen seite medien spezifische style sheets und habe diese medientypen ich würde gar nicht einmal sagen groß erweitert weil im endeffekt hat man sich zuletzt auch wieder reduziert also im endeffekt hat man sich mittlerweile auf vier medientypen geeinigt all heißt einfach egal welches medium also drucker oder screen oder sonst was ist egal print ist eben der drucker ist das ausgabemedium speech ist das screen reader also etwas nur für sprachausgabe und screen ist eben alles was bildschirm passiert ist das ist in der neuesten css spezifikation es ist sogar schon eine css 4 spezifikation für die man das festgelegt hat und das wird in zukunft sicherlich der standard sein in diversen css 3 spezifikationen gibt es noch ganz ganz viele andere ja wie zum beispiel tty für text basierte computer terminals ja oder tv für tv geräte oder was man eigentlich ganz interessant vielleicht finden würde handheld für mobile geräte mit geringer auflösung das problem ist im endeffekt hat man gesehen dass das äußere blödsinn ist weil a tv verhaltet sich heutzutage genauso wie ein stinknormaler desktop web browser da rennt a web browser auf dem fernseher mittlerweile genauso wie a handy von der auflösung her am desktop computer nichts mehr nach steht ja die meisten handys haben mindestens eine full hd auflösung wenn es einigermaßen moderne geräte sind ja geschweige denn teilweise gehen die schon darüber hinaus ja also das heißt von der bildschirm auflösung ist ein handy nicht schlechter wie ein desktop rechner warum soll man es unterscheiden und es war auch oft gar nicht zu unterscheiden weil sich eben die handys mit so hohen bildschirm auflösungen identifizieren dass es gar nicht an dem unterscheiden kann also was macht das für ein unterschied deswegen hat man gesagt wir machen einfach screen print speech und halt all für alles und fertig und alles andere wird in dem sinn einfach ignoriert das heißt die medientypen sind zwar okay um eine grobe unterscheidung zu machen ja also bin jetzt am drucker da bin ich am bildschirm oder bin ich bei der sprachausgabe aber ich muss das ganze noch verfeinern und dafür gibt seine media query ja das ist eine sogenannte media condition mehr oder weniger die besteht eben aus so einem medientyp also sagen wir so die die media query besteht aus einer media condition einem mediatyp ja das heißt am anfang steht der medientyp das ist die grobe unterscheidung und der wird durch eine media condition in der regel noch verfeinert das heißt das ist sozusagen das unterscheidungskriterium das ich mittlerweile hernehme wo er dann zwischen handy und um dass ich desktop rechner zum beispiel noch unterscheiden kann weil sich die doch durch gewisse bildschirm auflösungen insofern unterscheiden dass die handys oft mal andere sachen angeben als sie tatsächlich haben das heißt selbst wenn sie auf full hd screen am handy haben sagt ihr handy trotzdem gibt sich aus als ob es nur irgendwie war sie nicht 480 pixel breite hätte weil sonst hätten sie das problem das normale nicht responsive webseiten ganz ganz fuzzi klein in der größe auf quasi angezeigt werden würden und so sagt das handy was quasi durch so als ob ich weniger auflösung habe dann sieht man zwar nur ein teil der webseite wenn sie eben nicht optimiert ist dafür ist der einigermaßen lesbar und muss er hin und her scrollen das ist eben quasi der grund das hilft uns aber wiederum dass wir mit so media conditions entsprechende unterscheidungen treten treffen können das heißt eine media query ist so aufgebaut wir haben dieses schlüssel dieses schlüsselwort et media was man vorher bei den medien typen auch schon gesehen haben dann kommt auch tatsächlich so ein medien typ also screen oder print oder speech oder auch mehr als all davor könnte man noch wenn man wollte die wörter only und not davor setzen not dreht es einfach um also wenn ich sage not screen dann gilt es für alle außer für die bildschirme und wenn ich die only setze dann ist es eine sozusagen für alte browser die diese media queries noch nicht verstehen die nur mit den normalen mediatypen klar kommen die sehen die lesen dann media only können mit dem only nix anfangen und ignorieren die regel komplett das heißt wenn ihr ein fallback mechanismus haben will der bei alten browsern diese media queries sozusagen ausblendet dann dann schreibe ich zur sicherheit halber only davor sonst tut das gar nichts nichts ändern irgendwie aber ist sozusagen ein schutz das alte browser nicht aufschmeißt wenn sie plötzlich eine regel finden die es nicht können alte browser hast aber mittlerweile sicher fünf jahre und älter aber wie gesagt internet explorer 6 oder so erlebt immer noch also das heißt für das bräuchte man das dann zum beispiel so und dann kommt eben das interessante dann kann eben dieses schlüsselwort end und das ist eigentlich das was bei den media queries jetzt neu ist weil bis daher haben wir mit ausnahme von dem only sind wir einfach bei den medien spezifischen style schießt aber ich kann jetzt mit end kann ich noch so eine media condition dazusetzen zum beispiel max width 480 also bis maximal von einer bildschirmbreite von 480 pixel mache diese css regeln ja und alles was brader ist als 480 für das gilt die regel schon wieder nicht ja das heißt ich kann sagen für bildschirmgeräte die maximal 480 pixel breite haben das ist normalerweise das was ein hochformat handy display so gibt sich das aus ja low res handy display muss man mittlerweile schon sagen ja da gelten dann zum beispiel diese regeln so diese media conditions oder deutsch medienmerkmale da gibt es jetzt eben verschiedene width und height sind eben breite und höhe einfach sozusagen meines viewports für desktop rechner ist das browserfenster breite oder höhe kann ich verschieben bei einem handy ist einfach die maximal breite und höhe weiter habe in dem sind keine fenster die vergrößern kann es gibt auch die angaben min width max width min height max height genauso wie das also ich kann sagen bis maximal zu einer breite bis minimal etc das geht auch device width das ist so ähnlich wie width und height nur da geht es wirklich was kann mein gerät also in dem fall bei device width bei einem desktop rechner ist wenn ich eine 4k auflösung oder sagen wir full hd auflösung bis seit 1920 pixel in der breite und 1080 von mir aus in der höhe egal wie groß das browserfenster ist deswegen ist die device width eher uninteressant am handy ist die device width und die width in der regel immer dasselbe aber eigentlich meistens die server breite und höhe ich habe im handy immer ein fullscreen browser sozusagen orientation ist einfach portrait oder landscape das ist halt für handy vor allem ganz wichtig im desktop bin ich immer landscape aber am handy kann sich die orientation natürlich ändern die aspect ratio ist das seitenverhältnis also habe ich 16 zu 9 16 zu 10 9 zu 16 wenn es hochformat ist und so weiter also das heißt das ist da ein bisschen ding device aspect ratio ist sozusagen wiederum was hat das ganze gerät weil beim desktop kann ja mein fenster irgendwie ziehen da ändert sich die die aspect ratio permanent kann am desktop eigentlich ein hochformat fenster natürlich machen und device ist sozusagen immer wieder was das gesamte gerät kann color ist einfach wie viele farben habe ich zur verfügung ja ich heutzutage nicht mehr so ein ding aber wie gesagt es gibt auch monochromatische ausgaben vielleicht irgendwo dann könnte man das sozusagen nehmen und resolution ist einfach die gesamte auflösung die ich zur verfügung habe ja also was kann das gerät überhaupt an auflösung und damit habe ich sozusagen verschiedene medienmerkmale die ich jetzt kombinieren kann um meine webseite sozusagen zu gestalten ja und die muss ich halt jetzt die kann jetzt verknüpfen also ich kann zum beispiel mit einem logischen und arbeiten ich kann sagen ich mache eine regel für den screen und die minimum breite muss 768 pixel sein und die maximum breite 960 das heißt alles zwischen 768 und 960 pixel breite wird da gelten die regeln und wenn das screen schmäler ist als die 7 68 68 oder breiter als 960 dann greifen die nicht ich kann auch mit einem logischen oder arbeiten das ist dabei strich in den neuesten spezifikationen kann man sogar so oben wie ein end kann auch ein ohr schreiben aber das geht auch noch nicht in alle browsers dabei strich ist die sichere lösung da kann ich sagen okay entweder für wenn 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 sozusagen man sieht da ich kann bei diesen bei diesen regeln kann ich durchaus das mit den den medientyp auch weglassen also wenn ich nicht screen schreibt dann hast du das gilt einfach für alle ja das heißt wenn ich einfach nur schreibt die wenn entweder die minimum höhe 680 pixel ist egal was für device ja oder es handelt sich um einen screen mit einer orientation die portrait ist also quasi hochformat oder so dann gelten die regeln ja was auch immer das für anwendungsfall ist zum beispiel ja oder ich kann es auch verneinen also wenn ich sage media not color dann wäre das für ein monochrom display also wenn keine farben sozusagen wären wo for whatever reason ja dann habe ich css regeln die nur dann gelten wenn ich quasi kein farbdisplay habe das heißt ich kann jetzt im unterschied zu dem was wir jetzt gesehen haben wir haben einfach css regeln geschrieben und die gelten kann ich jetzt css regeln definieren die nur ganz bei bestimmten situationen gelten und das muss ich mir halt jetzt einfach mit zunutze machen um sozusagen entsprechend für mein seiten design damit zu arbeiten das werden wir gleich sehen ganz wichtig ist wir müssen die angabe eines viewports setzen und das hat eben damit zu tun obwohl sie vielleicht ein handy haben deshalb full hd screen verbaut hat habe eben schon gesagt gibt sich das handy so aus als ob er nur 460 pixel in der breite und quasi nicht 800 pixel in der höhe oder irgend so was hat ja einfach aus den genannten gründen dass seiten die nicht responsive sind trotzdem in einer einigermaßen akzeptablen größe angezeigt werden um dieses verhalten allerdings sozusagen ja sozusagen auszuhebeln und zu sagen schau her wir haben jetzt eine seite die mit so media queries arbeitet gibt man im head seiner seite eine angabe mit meta name is viewport an und man sagt einfach content width ist device width damit sage ich schau her setzt bitte als breite nicht die 480 pixel die uns der browser vom handy mitschickt sondern setze es bitte auf die device width das heißt wenn das eben was sie 1920 mit 1080 ist dann ist die breite wenn es hochformat ist ist das ding sozusagen 1080 breit und 1920 hoch also nimm bitte als breite wirklich die vollen 1080 pixel und nicht irgendwie 460 damit sagst du quasi den browser hey wir wollen dass du die breite wirklich so nimmst wie vom handy aber wir bereiten unsere seite entsprechend mit media queries darauf vor deswegen stresst du nicht ja kein problem und initial scale kann man angeben an zum faktor das ist immer ganz gut dann auf 1.0 zu lassen damit der browser nicht mit irgendwelchen zu uns herum spielt man kann er dann mit so sachen wie user scalable no kann ich dem user das zu men mit pinch zu zum zum beispiel verbieten oder minimum scale maximum scale kann sagen du darfst maximal aufs zweifache zu wenn und raus zu mir nur aufs 1.0 fache das könnte man da auch alles noch mit angeben wenn man wollte aber normalerweise diese zeile reicht so aus dass die media queries ordentlich greifen das ist es wichtig ja was tue ich jetzt wenn ich das einsetzen möchte bei einem dreispaltigen layout wir erinnern uns wir haben unseren container mit header und nav wir haben im mainbereich unterteilt in section und sidebar und unten unseren footer ja wie tue ich das jetzt dass ich da zum beispiel media query setze gut jetzt kann ich da unterscheiden ich kann zwei ansätze wählen ich kann entweder den desktop first ansatz wählen das heißt ich gehe von meiner desktop webseite aus schreibe meine css regel dass am desktop passt und bau dann meine media query ist das mobil a passt wenn ich das so macht dann schreibe da baue ich mir mal die webseite eben für desktop das heißt ich setze mein container auf die 960 pixel die navigation von mir auf 25 prozent breite von diesen 960 die main auf 75 von dem float left und float right und innerhalb von main habe wieder unterteilt da gibt es diese section main mit 80 prozent und die section sidebar mit 20 prozent ja zum beispiel okay das ist die reine desktop webseite ja da habe ich jetzt noch keinerlei media quills das heißt so soll es ausschauen wenn ich ein stinknormales desktop display habe und jetzt baue ich dazu meine regeln die das fürs mobile aber brechen und diese regeln die quasi desktop first funktionieren die die arbeiten immer mit diesem max max width und max height das heißt maximal bis so und so tust du was ja das heißt jetzt setzt sich noch zusätzliche regeln und sagt zum beispiel bis maximal 960 pixel breite ja wollen wir bitte den container auf 100 prozent setzen alles was drüber hinausgeht also über 960 pixel das soll es so sein wie das was wir da gerade gesehen haben ja weil da haben wir dann genug platz der container selber hat schon 960 960 wenn es über 960 breite ist passt dann machen wir unseren zentrierten container wie gehabt aber wenn man so quasi operatüben unter die 960 pixel fallen das heißt bis zu einer maximal breite von 960 soll der container die gesamten 100 prozent der seite ausfüllen da macht es keinen sinn mehr wenn man zentrieren sondern sagen wir so passt du bist jetzt voll breite ja das ist das was wir da machen der nächste schritt ist bei 768 pixels aber da rechts daneben stehen wenn es kleiner also bis maximal 768 pixel wenn es dann kleiner 768 wird dann heben wir das floaten von der navigation auf das heißt dass das navigation und hauptbereich nebeneinander stehen hat dann keinen sinn mehr da ist es schmal das heißt wir schalten das floaten aus die navigation direkt 100 prozent weit breite und ist zentriert und ebenso der main bereich der wird da mehr oder weniger einfach auf 100 prozent breite gesetzt das heißt die navigation steht nimmer zentriert und das nächste ist bei wenn es noch kleiner als 84 pixel wird dann tun wir innerhalb vom main bereich das floaten ausschalten das heißt da sind ja zwei sachen nebeneinander gewesen und die wollen wir dann einfach durch das dass man das floaten ausschalten lassen wir sie im document flow untereinander stehen und damit schaut es dann zum beispiel so aus so mein browser aufmachen das ist jetzt unser layout wenn wir genug platz haben wunderbar alles okay dreispaltiges layout 960 pixel breiter container ist okay so jetzt schieben wir es zusammen jetzt kommen wir langsam jetzt 960 ist genauso breit wie der container sobald man unter das fallen ja haben wir jetzt gesagt man sieht den unterschied fast gar nicht aber wir haben jetzt gesagt der konnte also die der container ist jetzt 100 prozent von der seite das heißt er nimmt sie einfach er es gibt links und rechts keinen platz mehr ja aus fertig er ist nicht mehr zentriert sondern er klebt voll auf der seite da merken wir nicht viel unterschied jetzt kommen wir zu dieses 7 68 der wird das floaten der navigation aufgehoben das heißt das ist jetzt floaten an damit steht die navigation einfach da drüber und sie ist zentriert ja das macht jetzt mehr sinn aber wir haben immer noch genug platz dass die zwei nebeneinander stehen jetzt schieben wir das noch weiter bis wir irgendwo unter die 400 was waren es 400 80 kommen und in dem moment schreibt man wird jetzt bald sein schreibt man das floaten aus und für ganz schmale devices schaut dann nur mehr so aus das heißt jetzt wenn wir es wieder aufziehen wird sie pause sich sozusagen schritt für schritt wieder rückt die seite bis zu einem vollen ding ja das ist der desktop first ansatz umgekehrt kann ich und damit sind wir dann fertig auch ein mobile first ansatz machen da muss ich umgekehrt denken muss ich sagen wie soll das auf der kleinsten stufe sozusagen für mobile display ausschauen und da werde ich dann mir die seite verbauen dass sie für mobile passt und dann mit den einzelnen breakpoints bei bestimmten breiten schritt für schritt dinge dazubauen das heißt mobile ist sie ganz simpel die navigation ist nur zentriert da brauche ich kein floating gar nix ja da sie kein padding bei die listen kann list teil type und so weiter also da ist wirklich das was wir jetzt gerade zum schluss kriegen alles steht einfach untereinander man sieht schon das mobile first ist ziemlich ziemlich simpel und dann baue ich mal schritt für schritt die sachen dazu und da muss jetzt umgekehrt denken das heißt es geht bis zur minwis das heißt minwis 480 heißt es muss mindestens 480 pixel breit sein das heißt ab 480 pixel sozusagen mit bis 480 und ab 480 beginnen wir was dazu zu bauen das heißt plötzlich wird main 100 prozent breit und floated right ja section main drinnen floated left mit 80 prozent die sidebar floated auch left wäre right da gegangen wurscht macht keinen unterschied mit 20 prozent breit das heißt plötzlich schreibt man das floating dazu ja und beim futter sagen wir auch clear post dass er unten bleibt bei 768 pixel jetzt ist der nächste schritt ab 768 floated auch die navigation links ja und ist 25 prozent breit und main müssen wir auf 75 prozent zusammenstauchen damit es nebeneinander ausgeht und ab 960 pixel aber eine mindest breite von 960 pixel haben wir jetzt unseren container der nicht 100 prozent der breite braucht sondern jetzt auf einmal fix auf 960 beschränkt wird und diese automatisch hat damit er sich schön zentriert das heißt das ist jetzt genau der umgekehrte ansatz dass ich sage ob ich sage dass ich sage wir wir bauen jetzt eine mobile first seite man wird jetzt da nicht viel unterschied sagen aber ich gehe quasi vor dem style schied aus dass das ist das basis style schied und das ist dazu ausgebaut oder ausgelegt das heißt wenn es breiter wird kommt jetzt die erste media query das ist das flote deutsch nebeneinander wenn es noch breiter wird nächste media query die jetzt sagt so und jetzt die navigation nach links floten und der letzte breakpoint ist bei 960 das heißt jetzt den container zentrieren und zentriert lassen die seiten schauen komplett gleich aus das ist die funktionieren komplett gleich aber die 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 herangehensweise beim designen ist genau umgedreht einmal sage ich noch mal desktop seiten und dann überlegen was lasse ich bei mobile alles weg das andere sie noch mal mobile seite und was kann ich beim desktop alles dazu bauen da geht es jetzt nur ums layout aber bei so einer media query geschicht geht es natürlich um andere dinge zum beispiel wenn ich auf der desktop seiten kann ich ruhiger 2 mb hintergrund bild setzen oder 5 mb hintergrund bild oder was weil normalerweise wird es wurscht sein beim handy will immer es vielleicht überlegen ob ich das brauche das heißt da sage ich dann zum beispiel vielleicht ist es gescheiter mobile first zu machen wo ich das hintergrund bild gar nicht erst laut sondern erst dann einblende oder lade wenn es tatsächlich soweit ist wenn wirklich eine auflösung teuer ist die geht während umgekehrt wenn ihr desktop first seiten macht dann habe ich das eigentlich schon geladen und lasse es nur weg das hat man da nicht so viel braucht also ich muss mir schon überlegen was ist denn der anwendungsfall ich habe ja seite die wahrscheinlich primär am desktop betrachtet wird dann wäre die desktop first machen sie halt auch mobile ready machen wenn ich aber seiten habe wo ich weiß die zielgruppe ist mobil weil es geht darum was ich nicht dass ich für einen öffentlichen nahverkehrsbereich an vorplanen webseite baue die wahrscheinlich 80 prozent unterwegs am handy anschauen dann ist bin ich wahrscheinlich mit der mobile first ansatz besser dass ich sage ich mache die seiten primär für mobile aber falls jemand daheim am desktop anschaut soll es auch passen ja und dann nütze ich dann die breite aus die mir der desktop bietet ja der zit nächste woche schauen wir uns dann noch zwei layout modelle und vor allem aber layout frameworks an da schauen wir uns daran und dann wie mache ich es heute im jahr 2018 wie mache ich es richtig das waren jetzt meine basic grundlagen dass wir überhaupt mal ein layout setzen das werden wir uns heute in der übung anschauen und anführungszeichen trainieren und ausprobieren dass jeder mal ein bisschen idee bekommt und nächste woche dann setzen wir noch eins darauf auf das ok wir sehen uns im laufe des tages danke fürs zuhören auch am stream bis bald wir sind ja